Willkommen zurück, W-Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Darn, Top-Shot, Punktestand 10.300, W-Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Darn, 9 Ballpunktzahl, gar nix. So, versuch jetzt mal. So, angenommen. Yeah! Vielleicht kann man Killer nur alleine spielen. Ah, das ist natürlich Killer. Ja, guck mal hier, Zielhilfe Profi, mach das auch mal. Ach, da, Spieleinstellung, Zielhilfe, Profi. Auswählen. Achso, Profi. Habe ich. Ja, doch. Jetzt steht da wieder leerer Platz. Achso, ich muss bereit machen, ne? Ja, geht doch. Achso, jetzt siehst du nur, wo die Weiße hingeht, aber nicht, wo die angespielte Kugel hingeht, ne? Genau. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Fuck. Die Maus wieder so extrem schnell. Ja. Hier rein, Junge. Er ist doch reingegangen. Skillshot. Ja, korrekt. Hä, ist der Delay hier auch ein bisschen heftig? Ja, das war, weil, 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 weil Slowmotion kam. Das ist bei dir, du siehst die Slowmotion ja von mir nicht. Achso, von mir habe ich auch noch nie Slowmotion gesehen. Ja, also, nicht immer, aber auch hin und wieder, wenn eine Kugel ins Loch geht, dann siehst du dir das Loch halt in Nahaufnahme und dann wie die Kugel ganz langsam... Alter, ich liebe es, ich liebe es, das Loch in Nahaufnahme zu sehen. Ja, ne? Also, man muss auf jeden Fall zu dem Spiel sagen, die Kugeln sehen fucking geil aus. Da wird die so ins Spiegel und so. Ja. Ach, scheiße, ey. Also, die sehen in den meisten Billard Salons nicht halb so gut aus. Naja, da sind die Kugeln immer so benutzt. Ja, wie die Löcher aus Nahaufnahme. Aber ich glaube, Profi ist ganz gut. So, ich kann, kann man ja hier um den Tisch bewegen. Oh, der ist ja zu früh gekommen. Naja, ich glaube, es ist ja fertig. Also, ich sehe zwei Striche immer. Ich sehe nicht genauso wie letztens. Doch, ist das wie Anfänger, oder? Doch, das ist wie Anfänger. Ja, ich sehe jetzt zum Beispiel, ich zähle jetzt auf die blaue. Und dahinter sehe ich so ein bisschen nur von dem blauen Strich. Ja, nicht so wie gestern, aber man sieht das auf jeden Fall noch nicht. Bei Anfänger würde es den blauen Strich jetzt bis ins Loch sehen. Ja. Ja, ja, das geht aber so. Aber das ist schon Profi, das ist schon fast die krasseste Stufe, oder? Ja, mittelmäßig. Zack, mal drauf. Ja, linker, kalinker. War super. Da habe ich ja nicht so viel Lautstärke. Was? Fuck, Alter. Ja, die braune. Oh. Okay. Also, ähnlich war es bei mir eben auch. Mal eben kurz. Warte mal, was ist das denn jetzt hier für den Scheiß? Was ist denn los? Ja, ich habe ja die Webcam an. Und die Webcam hat ja ein Mikrofon. Und ich sehe gerade in OBS, dass da die Webcam-Mikrofon angezeigt wird. Aber schlägt nicht aus, von daher. Ich müsste halt schon hinholen. Oh, ich bin immer zu low, Alter. So, was machen wir denn jetzt? Krass, ich habe 20 Kilo weniger als du. Jetzt natürlich mehr. So, da hinten ist eine von mir, ne? Die hintere, ja. Pow. Das war richtig gut. Die lila, ne? Es wird nichts geknallt gegen die schwarze. Oh. Die weiße ist reingegangen. Was? Das ist halt geil. Scratch. Ah ja, das wird ja jetzt. Was fliegt denn hier sonst noch rum? Was sind deine letzten Beine? Die grüne kriegst du nicht, ne? Ne. Alter. Ja. Da hau mal voll auf die braune drauf. Bin? Ja, genau. Du kannst ja auch an... Aber das ist so kurz die Strecke. Um die nach links abdriften zu lassen. Denke ich mal. Du kannst ja auch, wenn du das Mausrätschen gedrückt hältst, kannst du den Köder in der Höhe verstellen, ne? Nein, mal volle Pulle da. Ah, fuck. Scheiß Winkel. So, warte mal. Wie soll das M aufheben? Wo wird dritt denn der hier so? So. Ja. Noch mal dahin. Bis dahin haben wir die Regeln ja richtig krass gut drauf. Oder halt, du kennst du ja sowieso schon, wenn du mal im Verein warst. Ah, geil. Ja. So spielen wir dann auch in Köln. Da war ich aber so zwölf oder so. Oder vierzehn. Irgendwie sowas in dem Alter so. Okay. Das wäre bestimmt nix, aber. Ah, ich hab mir gedacht. So, die Grüne da hinten. Oh Gott, ey. Habe ich nur dir gestern Abend noch erzählt, als wir in Offen eingegangen bin. Boah. Dass wir vielleicht den Bär spielen wollen oder so. Hat dich gefreut, ja. Ja, hat sie echt gesagt. Haha, da war ich euch denn alle fertig. Ja, von mir aus. Gesundes Selbstbewusstsein. Wettgefühl. Auf was? Klar, und die Weiße geht noch rein. Leck mich doch am Zückerli. Ja, super, ey. Also, Punkte mäßig gewinnst du, aber. Ja, aber ich glaube, darum geht's nicht. Das ist sowieso nicht, was die Punkte sollen. Bei Snooker oder so brauchst du Punkte, aber noch nicht bei ganz normalen Kneipen-Billiard. Oh, siehste, hast du ja trotzdem gewonnen. Ja, ja. Klein mal drub da. Ah, Nick. Ah, Nick. Die Weiße ist fast reingegangen, ey. Aber sonst nothing, Alter. Und jetzt ist es richtig ein Arschwinkel, Alter. Die Halbe da hinten kriegst du doch die Gelbe. Nee. Oh. Alter, die Halbe liegt mir alle so scheiße, ey. Ich bin ja mit der einen halben hier mit... Ja, okay. Jetzt machst du die Lila, ne? Dann bleibt die Weiße da liegen und machst du die Gelbe. Na, oder auch nicht. Oh, da hinten die Braune. Ist der Braun, ja. Ah, schade, ich dachte, das klappt. Oh, ich kann die Kugel bewegen. Tu mir dich da mal hin. Falsche Ballgruppe zuerst getroffen. Ach ja, der kriegt mir auch eine Strafe. Das kannst du ja auch nicht einstellen. Aber habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. Jetzt nicht auch wieder Slowmotion. Ich habe noch nie Slowmotion gehabt, oder was? Oder bin ich einfach zu dem, mich das zu erkennen? Ich habe keine Ahnung. Kann halt so ja auch sein, ne? Ja. So. Ah. Der war gut. Nee. Doch, für mich schon. Ja. Siehst du denn, du sagst dann erst nee. Oh, der ist schwer. Ja, sag ich doch. Ach Gott. Voll habe ich, ne? Ach nee, nicht reingehen. Ja, super, ey. So, wie war das hier mit dem Andrehen? Das Chirurgen, ne? Ja, wie geht sowas, ey? Das weiß ich auch noch gar nicht. Äh. Das ist so da vorbei. Wie kann man die Kugel erhöhen? Auch wenn du auf Mausrötchen drückst. Wenn du jetzt mal auf deinen anderen Bildschirm guckst, dann siehst du, wie ich das gemacht habe. Hoffentlich haut er da so hin. Ah, ich darf noch nicht so festig. So. Haha. Sicher ist. So. Und jetzt nach vorne? Ah, guck mal. War nix. Geil, Alter. Aber so kann man es machen. Ach, scheiß drauf. Lass mal hier liegen. Nee, warte mal. Das ist falsch verwinkelt. So. So, wie viel hat der Würder denn noch? Der hat nur drei und ich hab noch vier. Ah, sauber. Unsauber. Zack. Genauso wie der. Der war auch scheiße. Schwarze, willst du retten? War es nicht die... Ach nee, ist das wahrscheinlich rot gewesen? Das war rot, ja. So, die braune, die liegt natürlich total kacke da. Kannst du gegen die gelbe oder grüne oder was ist da jetzt flippen? Ah. Darfst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Siehste? Jetzt sehe ich wieder Slowmotion. Das ist bestimmt richtig gut Punkte gegeben. Skillshot. Siehste, das hat richtig gut Punkte gegeben. Geil. Fertig. Noch nicht. Ja, okay, die wird schwer. Quatsch. Ah. So, 1-1. Ich hab jetzt, ich hab drei Spiele eingestellt. Ja, ja, klar. Genau, bei, bei, bei... Ah, das ist ja jetzt 8 Ball. Und bei 9 Ball, da musst du die Kugel nach Zahlenreihenfolge reindrücken. Also, dann ist es auch egal, der hasse nicht geheim oder voll. Man muss halt, bei der 1 anfangen und so weiter halt, ne? Da ist auch nicht die schwarze, die die letzte, sondern... Äh, halt die 18, ne? Bei 9. Oh, in der Mitte, denn, ne? Achso, ich bin dran. Äh, die, die vorletzte müsste es denn ja sein, wenn es 9 Bälle gibt. Ja, 9. Oh, äh. Wo Spieler? Also, ja, dann werden es 18. Ja, ich denke ich, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, wir spielen auch in Köln in diesem Raum hier. Ja, ist angenehm, ne? Ist so schön, ist so schön leer, weißt du? Kannst dir aber auch sicher sein, wenn Gamescom ist, dann sind die Kneipen da alle nicht leer. Nee, glaub ich auch nicht wirklich. Ah. So, ich hab die halben. Gleich mal was schwereres versuchen. So, ich hab die Sicht aus Versehen verändert. So, jetzt lila oder blau. Welches ist denn leichter? Ich glaub, eigentlich ist... Ich glaub, eigentlich ist... Beide scheiße. Ja. Die Mucke ist geil. Toll. Leck mich doch zucker die, Alter. Oh, die weiße. Ja. Ups. Die Mucke hab ich ausgeschaltet. Die nerven mich richtig, ey. Wieder Slowmotion. Ey, kann vielleicht nur der Host das sehen? Ja, und vielleicht muss er das auch einstellen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das eingestellt hab. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ey, krass. Jetzt hab ich die Slowmotion das erste Mal gesehen, weil ich auf dem rechten Monitor geguckt hab. Und nee, das hab ich wirklich noch niemals gesehen. Okay. Ach, ich bin? Ja. Ja, ich hab nach rechts geguckt, deswegen hab ich das nicht mehr gekriegt hier. Guten Appetit. Danke. Fick dich, Alter. Sehr schön. Über den Dächer meiner Stadt riecht die Luft nach Marijuana. Toll, ist euch voll so ein Ohrwurm von dem Fuck-Lied, ey. Oh, Mann, ey. Braune muss ich volle Pulle anspielen. Oh, nein, die Schwarze ist reingegangen. Geil. Ne. Burn.